Und wie in einem Schauspiel, so kann auch eine Puppe sich verwandeln. Schauen Sie mal, es gab da mal einen Stanislavski. Wie verwandle ich mich innerhalb von drei, vier Sekunden? Ist das nicht schön? Schon kann ich gehen in andere Rollen. Einen wunderschönen guten Tag und guten Abend, ihr kleinen Homo, sag ich ja nein. Nein, das nehme ich manchmal, wenn Kinder vor mir sitzen. Ja, also Kinder, diese kleinen, diese kleinen, diese... Diese, ach, diese Vorschläge machen sie einen kaputt, wenn sie zu klein sind. Ach, was ist mit der, ach, gut, aber für diese Kinder habe ich ein Märchen, das genauso für groß und klein ist, nicht wahr? Der Sankmanni darf ich nicht singen, weil da kommt die Tante Gema. Und die Gema hat ja Geldhahn. Kennen wir ja. Nach der Waffen- und der Pharmaindustrie ist das die größte Waffe. Ja, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig, ne? Als wir können... Ich sag doch gar nichts, da freut man sich, das ist schön. Also, wir haben Zeit, wir haben Zeit. Wir haben Zeit, da war einmal ein Mann. Und dieser Mann, hören Sie gut zu, hatte das doch tatsächlich geschafft, sich mit seiner beiden Hände Arbeit über Jahre hinweg bis zum Millionär heraufzuarbeiten. Und morgen erzähle ich euch ein neues Märchen. Wir hatten mal ein sehr schönes Erlebnis, ich und, ähm... Sie haben mir schon gemerkt, ich bin nicht allein hier. Ich habe immer einen mitlaufen. Ja, und Behörde, sagen wir mal Finanzamt, ja, also die sind ja da ganz, ganz, ähm... Ja, ganz benieben, ach, das steht vor denen, da fragen die noch mal. Name? Oh, Name? Großteilung? Beruf? Jetzt kommt's, Popenspieler. Jetzt müssen Sie mal den Beamtenberuf machen. So ganz langsam geht der Kopf nach oben, schaut mein hinter mir an, mitleidiger Blick. Und dann die Frage, die ein Popenspieler jeden dritten Tag gefragt bekommt. Dürfen können Sie lernen? Und Sie? Sehe ich vielleicht verhungert aus? Nein, 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 nein. Nun könnte man denken, das ist gegessen, aber nein. Ein kleiner Fehler war drin, man muss nochmal dahin. Derselbe Beamtung. Jetzt, jetzt kommt's, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Das sagt mir also mein Name, ne, nein, 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 Vorname, ne, nein, nein, nein. Geburtssättigende Prüfung, Diplom-Puppenspieler. Jetzt der Beamte. Eine völlige Wandlung zum Vorhergegenmal. Das Rückgrat wird gerade. Anerkennender Blick. Man lehnt sich leicht nach hinten. Man trommelt mit den Fingern auf der Tischplatte. Und dann die Frage, die wir nicht erwartet haben. Das Combo-Studio. Diese kleinen Monster. Wenn sie daherkommen. Mit zwei Jahren. Und in Kinderstücke gehen, die sie gar nicht begreift bleiben. Man fängt ja zu spielen. Könnten Sie vielleicht das Kind nehmen und gehen? Wieso? Das ist auch noch bezahlt. Wir schreiben Tagebuch darüber. Wir schreiben Tagebuch darüber. Dass die Eltern lesen können, das weiß ich. Aber dass die Kinder nicht lesen können, das weiß ich auch. Aber die Eltern, die Eltern. Ja, da steht Rotkärchen ab vier Jahre. Nein, Sie haben es missverstanden. Sie gehen bis vier Jahre. Und der Wolf fängt an. Da fängt nach Hause. Was sind die Kinder? Dann klopfen sie dieses Ball. Können Sie dieses Ball nimm und gehen. Aber ansonsten mögen wir Kinder. Nein, das ist wirklich, wenn das richtige Alter drin sitzt, ja, aber selbst da fehlen mir manchmal die, ich weiß nicht, die Gehirnzellen, ja, wirklich, wirklich, ich versteh's nicht, ja. Man spielt die Bremer Stadtmusikanten und irgendwann kommt, wann kommt der Kasper? Du Kleiner, wie heißt du denn? Bin der Thomas. Hallo Thomas, was meinst du, gibt es in den Bremer Stadtmusikanten einen Kasper? Hm, nee. Dann halt die Klappe, du blödes Kasper. Das ist, das sind Tatsachenberichte, wirklich. Das ist, das ist so gut. Vielen Dank.